Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Basti an und der heißt Dark Green German Park. Wie der Name schon sagt, ist das Ganze auf der Deutschlandkarte. Und das Dark Green steht glaube ich dafür, dass das Ganze sehr grün aussieht. Und dementsprechend befinden wir uns hier auch in einem Wald. Sieht auf jeden Fall schön aus mit den ganzen Bäumen hier drumherum. Und wir gehen direkt durch ein Jurassic World Tour. Hier sind auch diese Zäune aus der Mod, die Holzzäune. Basti hat auch geschrieben, er hat sehr viel mit Deko gearbeitet. Dadurch ist der Park ein bisschen kleiner ausgefallen. Aber ich bin ja eh großer Fan davon, dass Parks lieber ein bisschen kleiner sind und dafür mehr Liebe zum Detail in den Parks zu finden ist. Also finde ich das gar nicht mal so schlecht. Hier sind schon mal einige Besucherläden. Oh und guck mal, diese Pteranodon-Skulpturen sind hier auch. Und hier auch fließendes Wasser. Irgendwo im Brunnen. Ach hier. Das sieht ja auch schön aus. Das habe ich mir noch nie von so nahen angeguckt. Das sorgt natürlich auch direkt für Atmosphäre. Die Geräuschkulisse ist einfach richtig schön. Oh, ich muss jetzt mal eben gucken. Wir müssen geradeaus, glaube ich, gehen. Also er hat gesagt, das Ganze ist ein Rundgang. Aber wenn wir geradeaus gehen, haben wir das beste Feeling. Also ich denke mal, der Weg ist hier der richtige. Hier kommt, glaube ich, jetzt auch das erste Gehege. Und das sieht auch aus wie ein Klanzenfresser-Gehege. Oh, das sieht ja schön aus. Tolle Felsarbeit. Und das dürften Majasaurer sein, die hier gerade trinken. Gefällt mir richtig gut mit den Höhenunterschieden. Und dadurch, dass du hier halt Wasser hingemacht hast, kommen halt auch die Dinosaurier hier hin, um zu trinken. Dann kann man die super beobachten. Das sieht wirklich richtig toll aus. Die Bepflanzung und die Felsen gefallen mir richtig gut. Ich glaube, wir kriegen da auch gleich noch mehr zu Gesicht. Da ist auch noch ein Turm. Aber das wird wahrscheinlich erst später der Fall sein. Wobei wir auch einmal eben in den Turm gehen könnten. Warum eigentlich nicht? Wenn wir gleich wieder zurückgehen. Ich laufe mal ganz schnell hier zu dem Turm hin. Dann gehen wir dort auch mal rein. Können wir das Ganze auch noch mal von oben weiter sehen. Da hinten laufen die Majas. Aber du hast hier wirklich sehr viele Höhenunterschiede eingebaut. Das sind aber glaube ich auch so Einzelgräser, die du hier positioniert hast. Also das da vorne sieht jetzt nicht so aus, als wenn man das so mit diesem Pinseltool macht. Ich glaube, das hast du mit einer Mod gemacht. Wir sprinten aber jetzt mal hier durch. Oh, und hier kommen wir auch zum nächsten Gehege. Das ist ein Tyrannosaurus-Rex-Gehege. Gehen wir mal hier als erstes in den Turm. Oh, das ist auch ein bisschen trockener jetzt. Finde ich aber gut. Ja, guck mal, da hinten an den Felsen hast du auch wieder diese Gräser benutzt. Und die beiden Rexis schmusen da auch gerade. Das ist aber auch ein sehr großes Gehege. Aber Rexis brauchen natürlich auch Platz, ne? Deswegen ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Gehen wir mal weiter zur nächsten Beobachtungsgalerie. Ah, da frisst er gerade. Das ist ein Schutzraum. Hier haben wir nochmal ein WC. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir auch zur nächsten Galerie. Weil ich habe vorhin schon im Hintergrund noch eine weitere gesehen für das T-Rex-Gehege. Aber ist natürlich auch ganz gut, weil das Gehege halt so groß ist. Und wäre halt ärgerlich, wenn man die gar nicht zu Gesicht bekommt, weil die gerade auf der anderen Seite sind. Aber das hier dürfte jetzt nochmal ein anderes Gehege sein. Ich höre schon irgendeinen Fleischfresser. Oh, der Allosaurus. Wir haben gerade aber auch richtig Glück mit den Dinosauriern. Die sind immer richtig nah vor den Galerien oder machen irgendwelche Animationen. Viel besser kann man die gar nicht zu Gesicht bekommen. Auch hier wieder richtig cool mit dem hohen Gras. Bin ja eigentlich immer nicht so der Fan von so vielen Zäunen. Aber hier finde ich das eigentlich ganz spannend. Weil man geht so durch den Wald. Weiß nicht, was einen erwartet. Und dann guckt man halt so durch die Beobachtungsgalerien. Und da kriegt dann die Dinosaurier immer wirklich richtig gut zu Gesicht. Weil das halt sehr durchdacht ist, das Gehege. Hier können wir jetzt nochmal von der anderen Seite beim Rexgehege schauen. Man muss dann halt auch wirklich in diese Galerien reingehen, um was zu sehen. Aber jetzt seht ihr genau das, was ich meine. Also jetzt sehen wir halt hier gerade keine Dinosaurier, keine Rexies. Und dann ist es halt praktisch, wenn man auch da hinten auf die Seite gehen kann. Und dann sieht man die dann wenigstens auch. Hast aber hier mit der Felsarbeit auch wieder richtig schön gemacht. Hungrig scheinen sie aber gerade nicht zu sein. Sieht aber toll aus. Hier haben wir jetzt, glaube ich, nochmal eine andere Ansicht bei dem Allosaurus. Trennt auf jeden Fall eine Ziege. Und hier vorne, das sieht auch sehr interessant aus. Was ist das? Ich möchte mich mal eben von oben angucken. Das sind auch einfach so Büsche. Die hast du aber auch selber platziert. Das sind alles Einzelobjekte. Das hast du dir wirklich so viel Mühe gegeben. Aber das sieht man auch. Ist wirklich schön geworden. Hier schlafen die Allos. Wir gehen jetzt aber mal weiter. Gibt es dann auch wieder einige Besucherläden. Wieder schöne Springbrunnen und Sitzplätze. Und dann kommt auch das nächste Gehege schon. Mal gucken, was uns da erwartet. Oh, auch ein Fleischfresser. Aber ich kann noch nicht sehen, welcher. Da steckt er sich. Ich glaube, wir müssen mal eben in den Turm nebenan gehen. Dann sehen wir es ein bisschen besser wahrscheinlich. Weil wir dann halt von oben drauf gucken können. Oh ja, da unten rechts läuft es gerade. Das ist, glaube ich, ein Velociraptor. Ja, da ist auch einer. Und jetzt könnte man die sogar sehen. Da gehe ich nochmal schnell nach unten. Das geht ja zum Glück mit dieser Besucheransicht echt gut mittlerweile. Das hin und her swappen. Oh, der kommt genau auf uns zu gerannt. Der gönnt sich jetzt erstmal ein bisschen Fleisch. Und das war es jetzt auch schon. Damit ist es alle. Oh, jetzt werden wir verhaftet. Die beiden sehen halt echt so aus. Na, da waren wir gerade schon. Aber du hast auch geschrieben, man kann sich nicht wirklich verlaufen. Finde ich auch sehr gut. Weil ich kriege das ja immer ganz gut hin mit dem Verlaufen. Aber das ist auch mal wieder so ein Park, der ist perfekt dafür geeignet, in dieser Besucherperspektive rumzulaufen. Weil eigentlich gucke ich ja immer lieber von oben. Aber hier ist es einfach richtig schön von der Atmosphäre mit den ganzen Bäumen links und rechts. Und da das Ganze auch nicht so groß ist, dauert es dann auch nicht zu lange. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Gehen wir links? Oder gehen wir geradeaus? Gehen wir erstmal links. Okay, hier sind Lagunenschilder. Ich glaube, da müssen wir später hin. Und hier können wir einmal ins Aviarium rein. Machen wir das doch auch mal. Geostanbergia sehe ich. Und eine Spinosaurus-Skulptur. Terranodon ist auch da im Gehege vertreten. Das da oben ist, glaube ich, ein. Das ist auch ein Terranodon, oder? Aber auch hier wieder richtig schöne Felsarbeit. Ich hoffe mal, dass wir da nochmal von der anderen Seite gucken können. Aber ich glaube schon. Ja, hier ist sogar schon direkt die nächste Beobachtungsgalerie. Ist auch cool mit diesen Landeplattformen. Die dann da alle drauf schlafen. Kriegen wir noch eine Ansicht? Ich glaube nicht. Aber hier vorne ist noch was. Das möchte ich nicht verpassen. Wieder ein Fleischfresser. Der leider gerade nicht hier ist. Ach doch, das sind Kompis. Aber die sind bestimmt nicht alleine hier im Gehege. So groß, wie das hier aussieht. Da ist hier auch richtige Klippen gebaut. Gehen wir doch mal ein weiter in den Turm. Jetzt kann man das nochmal richtig gut sehen. Sehr schöne Klippenwand. Ist dir wirklich gut gelungen. Dann da unter das Wasser. Und auch so ein Fischfutterspender. Das heißt hier wahrscheinlich... Ja, ein Spinosaurus ist hier drin. Ich habe als erstes auf den Sucho getippt. Aber es ist ein Spino. Ist leider gerade sehr weit weg. Aber man kann ihn trotzdem erkennen. Auch wieder sehr schön gestaltetes Gehege. Das mit der Klippe sieht wirklich toll aus. Und hier hinter ist sogar auch nochmal ein Besucherplatz. Auch passenderweise mit einer Spino-Kulptur. Oder ein Spino-Skelett. Aber wir gehen erstmal hier einmal zum Innovationscenter. Das ist auch so schön mit dem fließenden Wasser hier. Ist echt schade, dass man da nicht reingehen kann. Aber ich glaube, wir sind hier direkt am Meer. Gehen wir einfach mal hier vorbei. Oh ja, hier haben wir einen perfekten Strandausblick. Oh, und da ist die Lagune. Das ist natürlich nochmal so ein Highlight. Den Abschluss. Da fahren wir dann gleich nochmal hin mit der Einschienenbahn. Hier vorne gehen wir jetzt auch nochmal in die Aussichtstürme rein. Ich glaube, der ist nochmal ein Ausblick auf das Spino-Gehege. Jetzt können wir ihn auch mal von ein bisschen näher sehen. Versteckt sich leider auch gerade so ein bisschen hinterm Zaun. Aber da kann man nichts machen. Wenn er gerade keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Können wir nicht ändern. Schauen wir doch mal hier rein, was uns hier erwartet. Oh, Pflanzenfresser. Sinoceratops, Apato. Auch sehr schön. Oh, da fährt auch noch eine Tour durch. Das ist super. Aber vorher kommt hier nochmal eine Galerie. Da sind wir dann direkt im Wasser. Und da kann man auch die Pflanzenfresser nochmal beim Trinken beobachten. Ich glaube, der Sinoceratops kommt da gerade schon. Und möchte gleich was trinken. Aber da warten wir jetzt nicht drauf. Wir sehen das hoffentlich gleich aus der Tour raus. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Oh, da sind auch Anki's. Da steht ja gerade direkt am Zaun. Das ist natürlich auch schön. Hier ist nochmal eine Beobachtungsgalerie. Ah, da ist auch wieder so eine schöne Klippe. Und so viele Pflanzenfresser. Das ist wirklich toll. Jetzt kommen wir zur Jurassic Tour. Die fahren wir jetzt natürlich gemeinsam. Dann sehen wir auch nochmal perfekt die Anki's. Und gleich auch noch die anderen Pflanzenfresser. Das ist echt schön, wie die hier so schlafen. Und uns beobachten. Ich glaube, die Kollegen werden gleich weggerammt. Wir überholen die einfach mal. Jetzt müssen wir kurz warten. Geht nicht anders. Oh, jetzt trinkt der da. Vielleicht können wir unten drinnen. Naja, das schaffen wir auch nicht. Oh Gott, das wird jetzt gefährlich, Leute. Naja, hier. Langdüsen. Au. Hat aber geklappt. Das mit den Höhenunterschieden ist natürlich wirklich schön. Weil dann hat man von hier oben auch nochmal einen richtig tollen Ausblick. Ich finde, du hast auch sehr, sehr gute Gehegegrößen gemacht. Die sind nicht so klein, aber auch nicht so groß. Die sind doch alle sehr schön gepflanzt. Aber das war es leider schon mit der Tour. Und hier vorne haben wir dann den nächsten Stopp. Das ist nochmal ein Aussichtsturm. Oh, jetzt ist der Turm, den ich vorhin schon abgecheckt hatte, oder? Das heißt, wir sind jetzt einmal perfekt in den Rundgang gelaufen. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Dann gucken wir jetzt einmal von oben, würde ich sagen. Hier ist dann der Parkeingang. Und dann kommen wir hier zum ersten Besucherplatz. Da war das Maya-Gehege. Aber wir fliegen hier mal den Weg schnell weiter, weil ich möchte gerne nochmal alle Besucherplätze von oben sehen. Die ist auch echt schön gestaltet. Das ist auch alles so richtig schön grün, ne? Also der Parkname ist wirklich Programm. Ich glaube, du hast ja auch viele Bäume selbst platziert. Ja, hier, die ganzen Bäume sind alle manuell per Hand platziert. Sieht man aber auch. Die stehen alle sehr perfekt. Ah, hier ist dieser große Platz dann nochmal. Da fahren wir gleich hin, da freue ich mich schon drauf. Das wird nochmal ein tolles Highlight. Ich glaube, du hattest hier eigentlich geplant, das Ganze komplett mit Felsen abzustecken. Aber du hattest auch in die E-Mail geschrieben, dass du aus Performancegründen das dann teilweise nicht mehr machen konntest. Ist aber an der Stelle auch nicht weiter schlimm, finde ich. Ich meine, man hat es ja eigentlich eher nur so von dieser Seite gesehen. Deswegen passt das schon. Aber von der Parkgröße hat mir das richtig gut gefallen. War nicht zu lang und nicht zu kurz. Und es ist halt jetzt nochmal schön, dass wir nochmal so ein cooles Highlight hier haben. Ich weiß jetzt nicht, fahren wir damit? Oder fliegen wir rüber? Ich glaube, wir fliegen einfach mal schnell rüber. Passt schon, denke ich. Das ist natürlich mega spannend, wenn man dann hier nochmal über das Meer auf eine weit entfernte Insel rüberfährt. Ich bin echt gespannt, was uns da wartet. Die Insel sieht aber richtig cool aus. Es kommen so richtig viele Beobachtungsgalerien hier. So, nochmal ein cooler Besucherplatz. Auch mit toller Deko. Wirklich sehr schön gestaltet. Dann hat man hier auch noch ein tolles Hotel. Checken wir mal einfach in den Pool ein, würde ich sagen. Und von New Yorks kann man dann auch schon in die Lagune blicken. Aber wir sehen schon, was hier schwimmt. Das sind Moser. Habe ich mir aber schon gedacht. Unten waren ja auch die Moser-Schilder. Macht ja auch Sinn, wenn man die platziert. Und auch ein Moser hier rein zu machen. Wirklich sehr schön gearbeitet mit den Deko-Objekten. Und dann kommen hier gleich die ganzen Beobachtungsgalerien. Jetzt sehen wir den Moser gleich auch noch am High-Feeder. Das wäre cool. Ich glaube, ich fliege jetzt einfach mal hier so oben rüber. Wenn wir jetzt in jede einzelne reingehen. Das müssen wir jetzt nicht machen. Du hast hier aber, glaube ich, immer so ein bisschen versetzt platziert. Das hast du wahrscheinlich absichtlich gemacht. Damit man wirklich in jeder Galerie auch vernünftig von unten gucken kann. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Auf der anderen Seite noch was. Ich glaube, da schwimmt aber noch mehr drin als ein Moser. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Ich glaube, auch hier hättest du gerne noch mehr Felsen gemacht. Hier hast du zumindest so einen Anfang gemacht. Du wolltest bestimmt auch den ganzen Rand oder so abstecken. Könnte ich mir vorstellen. Was machst du denn da? Würde ich verlaufen? Oh, solche Stellen passieren manchmal leider. Das ist halt, äh, wenn man eigentlich hier gar nicht bauen soll. Finde ich aber nicht schlimm. Okay, das ist, glaube ich, ein Attenboro. Und irgendwo müsste auch noch der Moser sein. Das ist jetzt die Frage. Wo ist der? Ah, der stimmt da hinten. Ah, guck mal, ich, die ist schon mir auch drin. Also, das ist ein sehr gemischtes Gehege. Das war der Dark Green German Park von Basti. Vielen vielen Dank für's Einsenden. Und falls ihr den Park mal selber ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei, denn ich darf den Park für euch hochladen. Ansonsten würde ich mich auch über ein Live freuen. Und wenn ihr mir auch mal einen Park senden wollt, schaut auch unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.